Also generell war es bisher immer so, auch in den vorherigen Partien, dass alle immer eine Aktion waren und auch sind. Ich habe mich jetzt hier an dem Wochenende für Flo und Herrn Lennart erstmal entschieden, weil zum einen Herr Lennart mit dem Turniersieg letzter Woche nochmal ein Ausrufezeichen auf Asche gesetzt hat. Und das spielt ja dann auch eine Rolle, dass man nochmal auf dem Belag, wo dann drauf gespielt wird, auch einen Erfolg vermucht. Und Flo mit seiner ganzen Erfahrung und seiner Klasse waren für mich jetzt hier an dem Wochenende erstmal die gesetzten Spieler und haben das auch in den Trainingsleistungen immer wieder abgerufen. Ganz kurz, wie stecken die beiden polnischen Einzelspieler ein und wie da Eindrücke sammeln können über die letzten Tage? Über die letzten Tage jetzt auch ein paar, aber ich kannte sie auch schon vorher. Ich habe sie bei diversen Jugendcups schon gesehen, ein paar Jahre her. Ich habe sie jetzt auch relativ viel Video-Material über sie beide gehabt. Ich glaube, wir haben uns das die letzten Tage auch angeguckt. Ich nenne ja gute Spieler, junge Spieler, aber ich glaube, dass wir uns da vor den beiden nicht verstehen müssen. Dann sehen Sie schon ein ziemlich klarer Favorites Wort. Also ich sage jetzt mal so, dass wir in den vier Einzelpartien auf jeden Fall verbrühten.